Freunde, wir müssen reden und zwar, wenn die Brombeere zur goldenen Himbeere wird. Ihr wisst genau, die goldene Himbeere, das ist das, was beim Oscar die Nacht vorher verliehen wird, an die Filme, die kein Mensch braucht, die qualitativ unterirdisch sind und es ist sozusagen der Anti-Oscar. Ja, es gibt jetzt die erste Brombeer-Koalition in Deutschland, in Thüringen. Wahlsieger AfD hat erwartungsgemäß das Nachsehen. Wir schauen uns an, welche muntere Truppe mit was für einer Idee nun das Bundesland führen will. Ja, die Fotos sehen putzig aus. Da stehen sie, zwei Buben, eine Königin, naja, es ist die Prinzessin, denn die Königin sitzt in Berlin. Sarah Wagenknecht ist nicht auf dem Foto, aber es sind die beiden Parteichefs Georg Mayer von der SPD und der designierte neue Landesvater Mario Vogt von der CDU. In der Mitte die Königsmacherin, da steht nämlich Katja Wolf vom Bündnis Sarah Wagenknecht. Das bedeutet, und ich nehme es vorweg, in den nächsten zwei Tagen wird sie wohl offiziell verkündet werden, sofern die Parteigremien da zustimmen. Es wird die erste Brombeer-Koalition in Deutschland geben. Was sich anhört wie eine Marmelade, wird auch einen genauso süßen, pampigen Nachgeschmack haben, kann ich mir vorstellen. Da bin ich ziemlich voreingenommen, denn ad eins, es hat keine Regierungsmehrheit in dieser Koalition gegeben, denn von 88 Mandatssitzen im Thüringer Landtag erreicht diese bunte Truppe mal gerade 44, also die Hälfte. Sie sind also auf die Unterstützung der Linken angewiesen oder der AfD. Und genau an dieser Stelle spießt sich das Ganze, denn wenn wir uns erinnern, was vor einigen Wochen das Wahlergebnis in Thüringen war, so ist der Wahlsieger deutlich die AfD gewiesen. Und wieder einmal ist genau das passiert. Es kam zu einer nicht einvernehmlichen Kopulation. Hier wurde der Wählerwillen sozusagen rückwärtig genommen und in einer Konstellation zusammengemischt, der so nicht vorgesehen war. Die Regierungsbildung in Thüringen ist ein Kraftakt. Ja, weil da gehört nichts zusammen außer dem Machtwillen von Mario Vogt. Nun haben sich die Spitzen von CDU, BSW und SPD auf den Text eines Koalitionsvertrages verständigt. Und das war schlimm genug, denn der wurde, ihr ahnt es schon, in Berlin in der Zentrale des Bündnis Sarah Wagenknecht formuliert und jetzt unterschrieben. Der Koalitionsvertrag von CDU, BSW und SPD in Thüringen steht möglicherweise, wie eben schon angesprochen, die erste Brombeer-Koalition, weil Brombeer, weil Schwarz, Rot, Lila in der Mischung sollte das, wenn man der Fantasie folgen darf, die Brombeere sein. Gut elf Wochen nach der Landtagswahl verständigten sich die Spitzen der drei Parteien auf den Entwurf des Regierungsvertrags. Bis Donnerstag würde noch Feinarbeit erledigt. Das ist das, was wir jetzt gerade erleben. Das ist der Zeitpunkt, den wir jetzt haben. Und jetzt wird wohl morgen der Koalitionsvertrag vorgestellt. Meine Frage an euch an dieser Stelle ist jetzt, was haltet ihr davon? Ich weiß, dass sehr viele von euch mit uns gemeinsam, wir haben es ja hier live begleitet, mit Spannung die ersten Hochrechnungen erlebt haben. Wir haben uns gefreut, als bei der Entwicklung der Wählerwille abgebildet wurde, dass hier spürbar war, dass eine Veränderung durch die Wahlberechtigten in Thüringen gefordert wurde und sich signifikant im Meinungsbild, aber auch im zählbaren Abstimmungsverhalten darstellen ließ. Was dann passierte, war im Grunde genommen dasselbe, was man vorher schon erleben durfte. Die öffentlich-rechtlichen Medien haben von Anfang an nur die Stimmen mal zur Geltung gebracht, die aus dem demokratischen Sektor kommen. Das müsst ihr euch auf der Zunge zergehen lassen. In Thüringen haben über 30% die AfD gewählt. Das ist grob jeder Dritte. Das heißt, ich schredde, ich verbrenne ein Drittel der Stimmen, die ordnungsgemäß in einem demokratischen Verfahren abgegeben wurden und erkläre sie mal per se im öffentlich-rechtlichen Diskurs des Fernsehens, also in dem Bereich ARD, ZDF, die übrigens jetzt eine Gebührenerhöhung durchsetzen wollen, weil sie mit den vorhandenen 10 Milliarden an Geld nicht auskommen, was wir ihnen als Zwangsgebühren zur Verfügung stellen, um die Grundinformation an politischer Nachricht und politischer Bildung zu übermitteln. Das heißt, für die Indoktrination, für das Propagandawesen reichen 10 Milliarden nicht aus. Wie dem auch sei, damals schon hat sich Mario Vogt hier berufen gefühlt zu erklären, er will unbedingt Landesvater werden. Und dafür verrät er alles, wofür man im Grunde genommen selbst bei der CDU stehen sollte, wenn man sich irgendwann mal anschaut, wo so Größen wie Konrad Adenauer oder Helmut Kohl sich befunden haben von ihrer Positionierung aus. Ganz zu schweigen von der CSU, als kleiner Bruder sozusagen, wenn ich an Franz Josef Strauß denke, der irgendwann mal befunden hat, dass rechts neben der CSU, CDU, kein Platz mehr für eine Partei sein darf. Leute, da ist mittlerweile so viel Platz, denn die CDU macht zum Machterhalt alles. Und wenn sie mit der gesamten Mannschaft so weit nach links rückt, dass sie selbst in der Mitte des politischen Spektrums nicht mehr spürbar sind. Ich bin jetzt gespannt, wie das Ganze ausgeht. Bitte tut mir einen Gefallen, damit wir hier auch auf eine Basis kommen und sich auch diejenigen von euch Gehör verschaffen können, die unmittelbar betroffen sind. Denn ich weiß, dass wir auch in Thüringen, Erfurt, Weimar eine sehr, sehr große Fanbase haben. Markiert es doch bitte für Freunde. Geht hin, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr unmittelbar betroffen seid und was ihr jetzt von Brombeer haltet. Ob das die Form der Marmelade ist, die ihr euch jetzt für die nächsten Jahre vorstellt, dass sie euch tagtäglich aufs Brot geschmiert wird. Und wenn ihr schon da unten seid, dann checkt mal ganz kurz, ob ihr diesen Kanal hier schon abonniert habt. Denn viele, das kriegen wir ja mit, schauen uns regelmäßig, finden das, was wir tun, gut, haben aber bis dato weder den Kanal abonniert, noch das Glöckchen gedrückt. Das bedeutet, ihr bekommt zwar hin und wieder Informationen von dem, was wir tun, in eure Vorschläge reingespült, aber nicht regelmäßig. Und wir sind für euch tagtäglich da auf die Sendung und gehen dahin, wo wir Nachrichten vermuten, wo der öffentlich-rechtliche Diskurs mal ganz schnell drüber weggeht. Oder aber wir gehen dahin, wo Deutschland Schlagzeilen macht, die ihr im Mainstream nicht findet, weil man das nicht möchte. Wie jetzt zum Beispiel bei dem Strafantragsverfahren gegen den Chefredakteur vom Deutschlandkurier. Wenn es nach dem Willen von Nancy Faeser geht, der Wille besagt 210 Tagessätze, weil er ein Meme, ein satirisches Foto, eine Montage gepostet hat, auf der Nancy Faeser ein Bild hochhält, auf dem steht, ich hasse Meinungsfreiheit, offensichtlich Satire, offensichtlich eine Montage. 210 Tagessätze bedeutet, er ist ab dann vorbestraft. Das ist der Umgang mit Artikel 5 Grundgesetz, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit. So versucht man, kritische Stimmen in Deutschland mundtot zu machen. Und ich halte es aus dem Grund ganz, ganz wichtig, dass wir da zusammenstehen und ihr könnt euren Beitrag leisten. Einfach auch diesen Kanal abonnieren, dann bekommt ihr in eurem Meinungsspektrum eine weitere Sichtweise, die euch dabei hilft, sozusagen auch die Munition im Köcher zu haben, wenn es in die Diskussion geht. In diesem Sinne, passt auf euch auf, Schau vonau, euer Chris.